Der Kaffee ist in unserem Auto-Chaos. Achso, dann findest du ihn nicht. Ganz genau. Ich hab das Auto jetzt einmal umgedreht und hab alles andere gefunden. Aber... Aserbaidschanischer Kaffee aus der Müsli-Schamme. So ein Tasse. So ein Tasse, viel besser. Ja, draußen haben alles auch schon verkleidet, ne? Verkleidet und nie verkleidet. Die verkleiden doch hier die Häuser. Auf jeden Fall ist es ein schöner Sonniger Tag und schon verdammt warm draußen.